Ja, wir haben da noch einen Kategorie 3 Bolzen drin und hatten keine Übergang Bolzen bekommen, als wir die Maschine gekauft haben und bei uns im Maschinenring Ersigen, ich denke, es gibt einen Bauer der Kategorie 3 hat. Wir sind noch bei Kategorie 2 stehen geblieben. Ja, jetzt ist da endlich der Bolzen von Horsch gekommen und ich gehe jetzt da in die LMG Graswil und tausche die um und der Oberlenker gehört eh der LMG Graswil, den hatten wir jetzt ein halbes Jahr bei uns. Aber jetzt kommt es gut. Bevor die Saison losgeht, schnell Bolzen tauschen und dann funktioniert es besser. Ja, dieser Kramer wäre sicher stand-sicherer. Der fällt nicht so schnell um, wie ein knickgelenkter Hoflader. So, Bolzen Kategorie 2 mit Muffe. Sollte passen. Dann gibt es noch eine Kette und wird eine Straßenbeleuchtung bei Fendt.